Hi Leute, Datenschutz ist ein verdammt wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Leider ist es den meisten Leuten einfach komplett egal und das finde ich schon sehr bedenklich. Daher nehmt doch bitte einfach mal an der Abstimmung von dem Morpheus teil. Link ist in der Videobeschreibung. Und verdammt besucht meinen Discord-Server!